Ja, guten Tag und heute kam mein Call of Duty Ghosts an und ja, dazu wollte ich jetzt einfach mal ein kleines Unboxing machen und ja, wie ihr es hier schon sehen könnt, ich hab mal die Namen geschwärzt und so und deswegen, ich musste das auch leider schon aufmachen, wegen, ja, macht man normalerweise bei einem Unboxing nicht, aber wegen dem Zettel hier musste ich ja auch schwärzen und so und ja, es tut mir schon ein bisschen leid, aber ist halt nun mal so und ja, der Moment, worauf wir alle gewartet haben, tada, das neue Call of Duty Ghosts ist draußen, es wird nicht sein wie MV3, ist ja auch nicht MV3, ist ja Call of Duty Ghosts, ja, ja und mal sehen, ich werde die Tage mal so einen Test davon machen, ja und vielleicht finde ich sogar wieder einen Glitch, dass man ins Prestige glitchen kann halt, logischerweise, irgendwie dummer Satzbau und ja, ich hoffe euch hat dieses kleine Unboxing gefallen, dann Daumen nach oben und abonnieren, favorisieren und Geld zu spenden, gut, tschüss.